Beamtenversorgung nicht mehr tragbar. Wirtschaftsweise plädiert für Kürzung von Beamtenpensionen. Mein Name ist Peter Knöppel. Ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Am 29.12.2022 kam eine Nachricht. Der Wirtschaftsweise Martin Werding sieht dringenden Reformbedarf bei der Altersversorgung von Staatsbeamten. Beamte, die in den Ruhestand gehen, erhalten hierzulande eine großzügige Pension, zum Teil sehr üppig. An der Stelle sieht der Wirtschaftsweise Werding zu viele Staatsdiener, die Anspruch auf eine Altersversorgung hätten. Und um einen finanziellen Kollaps zu vermeiden, müsste sich jetzt was ändern. Und das Kernproblem, so sieht es Werding, ist, dass die Kommunen, Länder und auch der Bund keine entsprechenden adäquaten Rücklagen dafür bilden, dass sie Beamte einstellen und dann auch für diese später einmal eine Pension zahlen. Also da passiert einfach nichts. Und wenn die Länder und die Kommunen und der Bund das machen würde, dann würde sich diese Institution bei jeder einzelnen Beamtenstelle genau überlegen, ob sie eine Verbeamtung vornehmen oder nicht. So der Ansatzpunkt von Werding. Also es heißt, auf Deutsch gesagt, wenn die Länder und der Bund Beamte einstellen, müssen sie ab sofort entsprechende Rücklagen bilden. Und das kostet richtig viel Geld und deshalb wird wahrscheinlich dann auch die Verbeamtungsquote in Deutschland deutlich zurückgehen. So die Auffassung von Werding. Meine Damen und Herren, wir können ja gerne über alle Vorschläge diskutieren, ob sie nun sinnvoll sind oder nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Aber ich halte es für dringend notwendig, dass Beamte genauso wie gesetzlich Versicherte in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Wir haben ein riesen Finanzierungsproblem. Und das ploppt jetzt richtig hoch. Zum einen die Finanzierung der gesetzlichen Rentenversicherung mit über 100 Milliarden Euro im Jahr 2022, 2023 Bundeszuschuss aus dem Steuerhaushalt und zusätzlich nochmal 70 Milliarden für Pensionsansprüche. Das ist Wahnsinn. Und das wird ja in der Zukunft noch mehr steigen. Die Menschen werden ja immer älter und die haben ja dann Anspruch auf Rente und auf Pension. Wer soll das noch bezahlen? Hubertus Heil selber sagt, wir haben im Jahr 2025 dringendsten Reformbedarf. Ja, warum so spät, Herr Heil? Wir müssen jetzt ran. Das heißt also, wir brauchen eine einheitliche Rentenversicherung. Und hier geht es nicht um die Frage, meine Damen und Herren, ich möchte das nicht polemisieren, hier geht es nicht um die Frage, guter Beamter, schlechter Beamter oder zu hohe Beamtenpensionen. Darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht einfach nur um die Frage, dass wir uns als Deutschland es einfach nicht mehr leisten können, ein zweigeteiltes Beamten- und Rentensystem zu haben, Beamtenpensionssystem und Rentensystem zu haben, wo wir so viel Geld einzahlen, dass wir letzten Endes für andere dringende Aufgaben gar kein Geld mehr haben. Denken wir zum Beispiel an die Schulbildung unserer Kinder, an kostenfreie Essen für unsere Kinder und, und, und. Also viele andere Dinge auch, die notwendig sind, die dringender notwendig wären als zwei Rentenversicherungssysteme in unserem Land. Also, ich stimme Herr Werding insoweit zu, dass wir sagen, wir müssen was tun, aber ich halte den Weg, den Werding hier vorschlägt, für nicht tragbar, sondern alle Beamten müssen ab sofort in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Selbstverständlich bin ich sehr gespannt auf Ihre Reaktionen zu diesem Beitrag. Tschüss!